Mein Name ist Kilian Willibald. Ich bin Beschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens Kilian Willibald GmbH. Wir sind im Schlausenbau tätig sowie in der Produktion von Baustoffen. Stillstand heißt, wir haben keine Arbeit und wir können nicht arbeiten. Das ist meine Aufgabe, das zu verhindern. Wir haben natürlich sehr viele Fahrzeuge im Unternehmen, die wir benötigen, dass wir unsere Baustellen am Laufen halten und unsere Kunden beliefern. Mein Großvater hat in den 1950er Jahren schon MAN gehabt und seit 1974 fahren wir ausschließlich MAN. Wir haben natürlich auch sehr viele Mitarbeiter, die vorwiegend aus der Region kommen, die schon sehr, sehr lange bei uns im Unternehmen sind und wir arbeiten sehr eng zusammen. Ich war, sobald ich auf den Beinen war, mit unseren Mitarbeitern unterwegs in der Werkstatt auf den Baustellen. Immer! Unsere Fahrer sind nicht nur Trucker, sondern vor allem sind sie bei uns, um mitzuhelfen, dass unsere Baustellen gelingen. Ich sitze mich in der Früh aufs Fahrrad, fahre zu meinem LKW, bin dann ungefähr 70 Prozent mit meinem LKW unterwegs und 30 Prozent auf den Baustellen beim Mithelfen dabei. Das, was die Firma Willibold von anderen Firmen unterscheidet, ist vielleicht das familiäre Arbeitsumfeld, weil jeder jeden kennt und man sich privat auch immer wieder über den Weg läuft. Dass die Arbeit hart, ja, die ist schon hart, aber auf eine angenehme Art und Weise, weil man sieht ja am Ende vom Tag, was man gemacht hat. Jetzt bin ich bei der Firma Willibold seit 1. April 1974. seit 48 Jahren. Es hat aber Spaß gemacht, gell? Und bei der Firma ist es genauso, wie wenn du verheiratet bist. Das hat einfach hingehaut. Und völlig macht es Spaß in der Landschaft. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.